ich würde sagen jetzt noch bis zum nächsten kommen oder wenn es gerade so hätte ich jetzt auch gesagt ja das kann ich wie spät ist es denn 3 uhr okay lassen sie aber vorher noch killen wo war das jetzt ich bin nicht mehr zur basis surrender gibt sie nicht sind wir hier bei leu wo waren unser eingang ich das sonst mal gefunden hier ich sehe rosa zumindest mal ich bin auch in unserem lager nein doch faszinierend verschiedene kiste interessant was was geben wir auf das ist ein langweiler das verstehen nö herzlichen glückwanz ich hätte auch noch mal boots mit projekteile projekteile protection schweinefleisch schweinefleisch rosa lass alles raus wir essen nur auf zombies so wir hätten 15 diamanten und ein bisschen viel rüstung ja rüstung haben wir ja sonst versuchen uns noch mal aufzurüsten in der nächsten folge ja alles andere hat doch keinen sinn ja gott sei dank protection oh jetzt geht es dir wie mir vorhin jetzt bin ich alles verbrannt so ich bin ich spitzhacke und bau das gold haben wir noch eisen irgendwo da steht eisen ok rosa verbratet alles das ist auch noch gut ja so ist das halt ne und für was für 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 action ich bin so stolzhaftig achja wer kommt da hallo der weihnachtslelf party alles crap rüstung aber egal besser als gar nein ich hab ja ganz normale das ist genauso gut so ein spitzhack gewolltig ja wobei die haben ja alle Bögen da wäre es ja nicht mal so schlecht aber Feuerbögen das ist ja auch die beste politik protection gegen die müssen doch die haben ja auch nicht so sehr behauptet was ja nix oh nein ich hab mir ne Brust gemacht obwohl ich mir ne Hose machen wollte du Verschwender ich bin so dumm ey ok so ich hab jetzt ein kaktus platziert da haben sie keine chance gegen damit was Mr. Cactus da ist einer in zwei gelatscht die haben ja die hören auf hab ich so das Gefühl ach das war das blaue äh rote gg hat jemand einen Eimer hat jemand Wasser nein und nein jetzt so gucken wir mal ob das geht so die haben gewonnen diesen erster ja so diesmal bitte keine Skelette die mich hier in die Lager schieße da ist ein kaktus platziert was soll er da auf falls jemand vorbeiläuft dann hat er keine chance achso so neun ich brauch 14 vielleicht haben wir da ja noch was irgendwo ich will den wachsen lassen hier der aber von oben und auch ein skelett ich schon wieder eine blaue wolle frage natürlich von wem ich habe einen noch gar nicht gesetzt sind die kartoffeln so fertig aber auch nicht keine ahnung auch noch mehr drauf geht nicht doch das wechsel ist es drei in drei schulen gewachsen kann also ich noch mit aufgemacht habe dann ist es fertig jetzt nicht geht so ich glaube wir haben genug gold und halt den abfüllen wisst ihr wie stark die dinger sind was denn ein goldener apfel die einheit leben wieder ja genau also plus resistance und plus das ist aber eigentlich egal hauptsache man hat regeneration und dadurch verliert man quasi kein leben also da muss ich schon richtig 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 krasse sachen haben die die fast one hitten und damit zu sterben jetzt dürfen die das halt nur nicht finden nicht nur so vorschlagen muss schon drei knochen wir brauchen schon pro pflanze ich hätte noch einen knochen kartoffeln oder man kann doch wenn du das sehr gut manchmal brauchen die automatisch irgendwie wieder ab ich bin so gespannt, ich habe noch nie in einem Bett einen krassen goldenen Apfel gemacht. Noch nie? Nein. Die kommen. Nee, das bist du. Oh, Alter. Bordsteller. Lieder oder blaue? Lieder oder blaue? Bäh, ich, ich. Ops. Wie für uns sind die nicht wissen was sie verlustet haben. Ja. Dann haben wir halt noch 200 bis zum Daumen. Zack. zack so jetzt habe ich Kassen und abfüllt er sich um kurz und wird durch sich sterben schon mal weg das ist Ratham ja also mein Vorschlag wäre komplett ausrüsten einen um mit halt ganz guten Sachen so schattens zwei Schwert und sowas dann ja müssen wir es halt schaffen dass man die anderen anlockt in irgendeine Höhle bringt sich in goldenen Apfel schmeißt und Kling nach dem Plan ob sich das natürlich zu umsetzen lässt ich bin mal gespannt ob die halt so einfach so in Höhlen springen haben wir mal sehen eventuell sogar dein Schatten ist noch weg wäre das eigentlich gar nicht so schlecht hier stehen wir hervor eine lockt die andere in die Höhle der eine wartet sich am Eingang und der andere kämpft dagegen und dann macht ihr von hinten schon mal Lava hin und wenn sie wegrennen wollen rennen sie in die Lava rein oder so Lava sollten wir vielleicht mal mitnehmen ne ja hatte ich bis jetzt jedes Mal noch vergessen zu platzieren aber die werden aber auch Wassereimer haben glaube ich auch der nix so was mach ich denn jetzt gar nix gar nix nur die Skariot eingetötet aber schon geil wenn wir die jetzt einmal töten dann ist alles gut ja Ruzzle bist du beim Spawner oder so? ja warum? achso weil weil ich da in der Richtung den Namen gesehen habe dann könnte ich ja sonst nix deshalb so das heißt wir warten jetzt nur auf folgendende wahrscheinlich ja jetzt ja wollte ich sagen oder wir gehen jetzt nicht mehr auf so hier ich habe eine neue Doppelkiste draus gemacht wenn man den mental überkriegt warum pflanze ich eigentlich Potatoes an und dann habe ich da keine davon die sind alle im Ofer ja ist gut wenn die alle im Ofer sind roh bringen es ja nix nicht viel zumindest boah wieder nur so Crap hier mir fehlt ein Eisen toll sind wir noch irgendwo Eisen? wahrscheinlich nicht ne ne aber wenig Kraft bringt alle um da unten da oben oh alle tot verdammt hi das ist schon wie ein Diamond Sword oder? nö nö bei den 15 Diamanten ne? beim Zombie Spawner ist ja noch ein Schwert warum ein Zombie Spawner in der Kiste die du da hast da habe ich noch ein Schwert reingetan in Diamanten achso hol ich mir das mal also wie gesagt mein Vorschlag wäre äh ja das wir vielleicht einfach äh aus den Diamanten Brustpanzer und Hose machen ja das Enchanten auf Protection 2 oder sowas und dann ja Hülle locken Golden Apfel essen tot so äh Kiste also von den Leveln her könnte ich euch nochmal eventuell ein Sharpness 2 Schwert machen ich hab 17 Level wo soll hier ne Kiste sein? die hast du da in der Wand gemacht, wenn du vom Zombie Spawner wieder rauskommst wo soll ich kommen zu dem? ahja stimmt ich hab mich zugemacht, muss ja nicht da jeder sehen nehm ich doch und dann nehm ich nur sowas zu oder so achso ok so hab ich das auch die ganze Zeit gemacht hier schön ne also ich glaub das macht nix wenn man auch einfach hier drin steht ne macht noch nix aber grad waren drei Stück und ich hab mal kurz hier hingeguckt und dann das ist doch schon ein bisschen Schaden jo das stimmt oh sie hört nicht an Achtung von Trelleck ich wollt grad was trinken ein Level da mach ich mir jetzt noch mal nen Helm kurz oder noch nen Brustpanzer für den Notfall aha man kann Wolle färben der ist ganz schön schlau ne mhm naja so hier war da noch ein Brustpanzer alle mal shiften da ist immer noch ein Name da ist immer noch ein Name ok ok war die beide da auch ein Kommando oder? alle mal shiften aber nicht schiften also schiften da ist jetzt die Folge zu Ende müsste jetzt vielleicht passieren oder? jeden Augenblick dam 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 eein Kaktus in Brazil nein Dich weiß nicht Du bist so langsam warum ist das hier so groß? ach wie ne Baum noch zu niedrig glaube ich ich wollt den Baumen hier anpflanzen Aber ich habe das Knochenmehl dann doch lieber für die Kartoffeln hergenommen. Der wechselt aber auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel man dafür braucht. Früher war es ja nur einer. Wann ist die Folge endlich wieder Sommer, was? Was? Jallohu. Jallohu. Also das heißt, wir gehen ihn erst sterben. Ganz einfach, das heißt es. Wir müssen jetzt eine Wolle auf alle Fälle nach oben platzieren, oder? Genau. Ich glaube schon, jetzt ist es vorbei. 180 Minuten. So, wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.